Hui, da weht es ganz schön. Sabine ist da, der sagenhafte Sturm des Todes. So kommt es einem vor, weil man nichts mehr anders hört. Und da habe ich aber noch eine Kleinigkeit für euch, wo ich mir denke, das kennt der eine oder andere vielleicht von euch noch. Und der geht, Sabine, Sabine steht hinter der Gardine. Unten schauen die Füße raus, Sabine ist ne süße Maus. Und zieh ich an der Schiene, dann seh ich ihre Miene. Zu allem gute Miene macht Sabine. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Der windige Typ ist unterwegs, ja, nur kurz. Das muss ich jetzt mal machen, weil ich bin es leid, immer wieder eine E-Mail zu schreiben oder in einem Kommentar zu antworten für die gleichen Themen. Wie zum Beispiel kriege ich grundsätzlich oder fast bei jedem Video, bei Fockerchen Zeitfahrt Videos und so weiter, kriege ich immer die Kommentare oder die E-Mails, wo dann drinsteht. Wenn man mit dem Auto fährt, soll man sich auf den Verkehr konzentrieren und sich nicht mit der Kamera beschäftigen. Ja, so oder so. Ähnlich heißt das immer. Also das heißt im Endeffekt, ich soll es nicht machen, weil es sich nicht schickt, beim Autofahren in eine Kamera zu labern. Ich schreibe dann immer rein, ja, dann darfst du dich auch mit dem Beifahrer nicht unterhalten, weil es ist mindestens genauso ablenkend und natürlich auch nicht telefonieren über eine Versprechung. Auch das sollte man nicht tun, denn es ist im Endeffekt das Gleiche. Dazu kommt noch, dass man noch zuhören muss und das ist ja noch viel ablenkender, als nur in die Kamera zu labern, so wie es ich mache. Würde ich sagen. Genau. Einer hat jetzt geschrieben vor kurzem, da man ja das Auto von außen nicht sieht, kann man das auch, das Video auch zu Hause auf dem Sofa machen. Ja, da hat er zwar recht, aber es heißt ja Fockerchens Heimfahrt und nicht Fockerchens Sofasitz. Nachmittag oder so. Ja. Um was geht es heute? Heute geht es um, ja, so richtig vorbereitet habe ich mich jetzt aber nicht drauf, weil das wollte ich eigentlich erst machen im Laufe der Woche, aber weil ich schon mal ein Video mache, mache ich das gleich. Und zwar geht es heute um Journalismus. Immer wieder höre ich, und das war mal bei so einem großen YouTuber-Treffen auch mal der Fall, dass man eigentlich als YouTuber schon ein Journalist ist. So, und jetzt kommt es darauf an, was ist denn eigentlich ein Journalist? Ein Journalist ist eine Berufsbezeichnung, die eigentlich keine Berufsbezeichnung ist. Normalerweise kann ich mich Journalist schimpfen oder nennen und bin es dann. Weil ein Journalist, es ist eigentlich kein Ausbildungsberuf. Es gibt keine Mindestvoraussetzung als Journalist, also es kann jeder Journalist werden. Die meisten Journalisten werden halt gesucht mit einer Schulausbildung, die halt ein Studium beinhaltet, aber notwendig ist es nicht. Es kommt immer darauf an, was derjenige, der einen Journalisten sucht, als Voraussetzung angibt. Es gibt Journalistenschulen, da kann man dann sich bewerben, schriftlich. Jetzt wird auch immer mehr so Reportagen gemacht, nennt sich auch Journalismus. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Journalisten und einem YouTuber? Wir beschäftigen uns mit den gleichen Themen, jeder in seiner Spezialblase. Wir beschäftigen uns mit der gleichen Technik, Kameratechnik, Tontechnik, der eine gute andere nicht so gut. Aber das macht ja der Journalist auch. Die Journalisten wissen ja auch nicht über alles Bescheid, was Technik betrifft. Das machen ja dann immer die Techniker dahinter, also wie der Kameramann und der Toningenieur und so weiter. Und ein Journalist gräbt sich in ein Thema ein, für das er angestellt ist. Also wenn jetzt der Redakteur sagt, geh jetzt da hin, berichte mal über, keine Ahnung, einen Stromausfall, dann macht er das. Ein Journalist muss wahrheitsgemäß sein, das braucht ein YouTuber nicht. Wenn ich als YouTuber sage, irgendeinen Schmarrn erzähle, dann hat das eigentlich jetzt erst einmal keine Konsequenzen für mich. Und wenn ich so strahle wie jetzt, weil die Sonne so schön scheint auch nicht. Das hat erst einmal keine Konsequenzen für mich, weil ich eigentlich erzählen kann, auf Deutsch sagt, was ich will. Wenn ich das mache, hat das natürlich für mich Konsequenzen, weil ich dann irgendwann mal nicht mehr glaubwürdig bin und mir dann die Zuschauer wegbrechen. Das ist so. Und das mit Recht. Haben wir da was gemein mit dem Journalisten? Ein Journalist muss die Wahrheit sagen. Sonst ist er nicht mehr glaubwürdig. Und passiert ja oft, dass Journalismus auch nicht unbedingt richtig ernst gelebt wird, weil oft genug hat man falsche Informationen, die man dann gerade in den Printmedien eine Ausgabe oder zwei Ausgaben später in irgendeinem kleinen Gesetzl drinsteht, Rückruf oder Richtigstellung und so weiter. Passiert. Nicht jeder kann alles wissen. Das ist bei uns nicht anders. Ich nenne jetzt einmal mich. Das ist bei mir nicht anders. Ich weiß bei weitem nicht alles. Ich weiß auch nicht besser. Und es gibt immer einen, der es besser weiß. Und da bin ich eigentlich gar nicht böse drüber, weil man kann miteinander reden, man kann miteinander schreiben. Und wenn es dann wirklich so ist, dann wäre ich auch so ein Typ, der dann ein Video rausbringt und sagt, pass auf, ich will das andere Video nicht einfach löschen, weil meine Äußerungen und meine Einstellungen ja schon online gegangen sind. Selbst wenn man es löscht, bleibt es ja trotzdem irgendwo im Hinterstübchen hängen und das muss ich richtig steuern. Das würde ich auch machen. Da habe ich kein Problem dazu damit, weil, wie gesagt, ich bin nicht unfehlbar und ich weiß auch nicht alles. Wenn ein Journalist irgendetwas über irgendwas berichtet, dann, und das ist der Unterschied, kann er oder da oder sollte er nicht seine eigene Meinung hundtun. Das machen wir grundsätzlich. Das, was ich mache, ist meine Meinung und die gebe ich offiziell über den Kanal frei. Wenn einer der gleichen Meinung ist, okay, wenn nicht, kann man darüber diskutieren, aber freie Meinungsäußerung haben wir. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen einem YouTuber und einem Journalisten. Ein Journalist darf seine, oder sollte seine Meinung nicht einfließen lassen in das Thema. Wenn er das tut, muss er das, soviel ich jetzt mitkriegt habe, das kennzeichnen als Kommentar. Auf der meine Güte, jetzt wird es wieder dunkel. Moment. Ich wollte es jetzt nicht so, naja, wechsel die Lichtbedingungen halt bei dem Wetter. Und deswegen, jetzt habe ich es wieder auf Automatik, aber es kann sein, dass es jetzt ein bisschen unschärfer ist. Ja gut. Genau. Der muss mit Kommentar, muss er das kennzeichnen. Und wenn er das mit Kommentar kennzeichnet, kann er auch seine Meinung äußern. Man sieht ja oft oder hört ja oft, dass bei solchen Kommentaren heißt es dann immer, das ist der Kommentar oder das ist die Meinung des Journalisten, der den Kommentar abgemacht hat. Und das widerspiegelt nicht die Meinung des Senders zum Beispiel. Das hört man oft genug. Weil sie sich dann davon auch distanzieren, weil es ja eben eine freie Meinung ist. Und das ist ja auch okay. Ich komme da auf das YouTuber-Treffen zurück, das wir damals gehabt haben in Horb. Weil da ging es nämlich darum, freie Meinungsäußerung und wir müssen journalistischer werden. Ist das so? Müssen wir journalistischer werden? Müssen wir als YouTuber den Stand und den Standard eines Journalisten haben? Weil wenn ja, müssen wir das ganze YouTube ein bisschen umdenken. Wenn nein, ist das okay. Und das hat es jetzt eigentlich ihr gefragt. Soll man als YouTuber mehr Journalist sein oder soll man als YouTuber ein, das heißt so schön, Influencer sein, der seine Meinung kommt tut, seine Möglichkeiten ausschöpft. Man ist ja trotzdem Laie. Man darf das nicht vergessen. Man wird ja dafür, ja, rein theoretisch nicht bezahlt. Und dementsprechend ist es auch schwer, sich in ein Thema einzulesen, einzuarbeiten, um alles, wirklich alles zu berücksichtigen. Alles. Und das wird schwer. Das wird schwer. Und da sehe ich mich jetzt eigentlich nicht. Weil ich vorhause als erstes mal ein fauler Hund bin. Und das ist nicht meine Meinung, sondern die von meinen Lehrern damals. Ja, ich habe viel falsch gemacht früher. Aber man kann ja im Alter umschwingen. Man kann ja im Alter einiges besser machen, was man als Jugendlicher verpasst hat. Aber ich sehe mich trotzdem nicht darin, ein Journalist zu sein. Denn dafür bin ich viel zu viel ich. Dafür ist der Kanal viel zu viel ich. Ich kenne mich mit dem Thema, das ich bespreche, eigentlich ganz gut aus. Aber nicht am besten. Das sage ich immer. Es gibt immer einen, der sich technisch besser auskennt. Der sich also technisch von dem Thema besser auskennt. Der sich technisch im Hintergrund besser auskennt, was Kamera und Ton betrifft. Es gibt sehr viele Leute, die sich gesetzlich besser auskennen und so weiter. Und das ist... Ja, das bin ich halt nicht. Deswegen würde ich mich nicht als Journalist sehen. Auf keinen Fall. Interessant ist, dass ich einen Beitrag gelesen habe. Ein Artikel, da ist drüber geschrieben worden. Sind die YouTuber die neuen Journalisten? Da ging es halt darum, die Reichweite von YouTubern ist mittlerweile, also nicht von meinem Kanal, sondern von anderen Kanälen, von größeren Kanälen, mittlerweile weiter als von Journalisten, die in Printmedien im Fokus und Spiegel schreiben zum Beispiel. Fake News gibt es natürlich überall. Es gibt es in den normalen Fernsehmedien, es gibt es in den Printmedien und auf YouTube auch. Also das Problem ist, dass man auf YouTube Fake News nicht kennzeichnen muss, weil es extrem schwer ist, diese auch zu identifizieren. Es ist schwer. Ich weiß nicht. Einerseits möchte ich als YouTuber natürlich auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel zu einer Ausstellung zu gehen und da auf einem Pressetermin zu erscheinen. Was ist denn Presse? Presse ist ja eigentlich meistens oder eigentlich grundsätzlich Journalismus. Ist man als YouTuber Journalist manchmal, man kann ja zum Beispiel auf der IAA, kann man einen Antrag stellen und sagen, ich bin YouTuber, ich möchte gerne auf die Pressetage gehen, da ist nicht so viel los. Man hat die Informationen vorher, die man vorher schon den Leuten geben kann, bevor sie die IAA besuchen. Das ja, die Vorteile nutzen ja, die Nachteile sind natürlich schon extrem einschränkend mit freier Meinungsäußerung usw. Also es ist nicht einfach. Wie steht ihr denn dazu? Das würde mich jetzt mal rein interessieren. Also nicht bloß, weil ich in der Sache damit verwickelt bin, mit YouTube usw. Aber ihr seid Konsumenten eines Kanals. Ihr seid, ja, Zuschauer, die eine eigene Meinung haben und die würde mich echt interessieren. Sollte ein YouTube-Kanal, wie jetzt zum Beispiel mein, mehr journalistischer werden, wobei natürlich der Charakter vom Kanal meines Erachtens dann schon leidet, ist ziemlich sicher. Sollen wir, also mit mir meine ich, soll ich informativer werden? Ja, sehe ich persönlich schon auch ein bisschen. Soll ich technischer werden? Da müsste ich mich dann einlesen und alles ein bisschen umkrempeln. Soll der Kanal so bleiben, wie er ist? Das heißt, Information für einen, der Information sucht. Aber wenn es tiefergehend in irgendeinen Spezialbereich geht, gibt es meines Erachtens bessere Kanäle wie meine, definitiv. Und da meine ich Nachrichtenkanäle, Newskanäle von André zum Beispiel. Ich meine Technikkanäle, wie es so Dutzenden gibt. Sehr gute Technikkanäle und sehr gute Newskanäle. Gibt es so einen Kanal, wie es meinen gibt nochmal? Ich habe ihn noch nicht gefunden, aber vielleicht gibt es das. Den Michael Schmidt darf ich jetzt eher mal in die News-Ecke schieben. Ich weiß gar nicht, ob er das so mag, aber ich würde es jetzt einfach so machen. Mein Kanal soll informieren, soll unterhalten. Dazu kommt er halt auch mal dazu, dass mal ein blödes Video rauskommt. Es ist einfach so. Ein lustiges Video vielleicht manchmal. Manchmal wird es sogar ein Single-Xangle-Video. Und das macht mein Kanal aus und das können Journalisten nicht. Das würde in einem journalistischen Bereich auf YouTube, wenn es jetzt wirklich so zusammengefasst werden würde, wenn es so gewollt ist, würde die Vielfalt von YouTube, die die Kanäle haben, würden eingeschränkt werden und würde wegfallen. Und dann hätte man einen Einheitsbrei, wie man es eigentlich so aus den Zeitungen hat. Steht überall das Gleiche drin. Vielleicht ein bisschen anders verpackt. Meistens ist es sogar so, dass eins zu eins kopiert wird. Also ich möchte jetzt nicht. Sagt mir eure Meinung darüber. Hat jetzt nichts mit eh zu tun, aber okay, ist egal. Sagt mir eure Meinung darüber. Was sagt ihr? Was haltet ihr davon? Schreibt es in den Kommentaren. Aber wie immer bleibt cool, bleibt locker, bleibt friedlich, bleibt fair. Das war's. Ich bin trotz Sturm bis jetzt ziemlich weit gekommen. Und trotz ich, obwohl ich in eine Kamera rede, habe ich mich bis jetzt sehr gut auf den Verkehr konzentrieren können. Ich glaube, dass Kinder auf der Rücksitzbank mehr ablenken als die Kamera. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Servus, sagt locker. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.